Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangesoomt. Mein Google Pixel 6 Pro hatte einen Defekt. Ich war zu Anfang etwas sauer mit mir, dann war ich sauer mit Google, dann habe ich gedacht, wow Google, wie habt ihr das gemacht, dann war ich wieder sauer auf mich und jetzt habe ich so eine Krawatte auf Google. Die chronologische Reihenfolge gibt es jetzt. Viel Spaß. Beginnen wir von vorne und wollen das Video nicht allzu lang werden lassen. Ich habe gedacht, mein Google Pixel 6 Pro ist schon länger nicht mehr mein Daily Driver, also installiere ich mal die Android 13 Beta drauf, um mir das neue Betriebssystem so ein bisschen anzugucken und ein bisschen mit der Beta rumzuspielen. Das mache ich ungern mit meinem Daily Driver. Dabei habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe da nicht dran gedacht, weil ich noch nie Probleme mit Beta-Versionen hatte. Man sollte immer, wenn man eine Beta nutzt, eine Android Beta nutzt, den Bootloader entlocken beziehungsweise die OEM Entriegelung in den Entwicklereinstellungen rausnehmen. Das habe ich nicht gemacht, wozu das gut gewesen wäre. Dazu kommen wir dann gleich. Nun habe ich aber gedacht, ach, ich verkaufe mein Pixel 6 Pro und wollte dann von Android 13 Beta wieder zurück auf eine stable Android 12. Das bietet Google alles offiziell an. Das ist nichts Inoffizielles. Ihr wisst das vielleicht. Ihr könnt euch ganz normal beim Android Beta Programm anmelden auf der Google Seite. Die zeigen euch dann anhand eurer Google Adresse, welche der Geräte, die ihr besitzt, kompatibel sind. Und dann kriegt ihr automatisch ein Android Beta Update auf euer Smartphone und könnt das dann installieren. Das genauso geht es eigentlich, wenn man davon wieder zurück möchte. Man steigt aus dem Beta Programm und dann kriegt man in dem Fall Android 12 wieder. Nun hat Google aber ein Problem. Das wusste ich nicht und ich habe mich da vorher auch nicht schlau gemacht. Ich habe also mich abgemeldet beim Beta Programm. Das Android 12 Update kam bei mir an und ich wollte es installieren. Und bevor die Installation zu Ende war, startet mein Smartphone neu, aber nur noch in den Fast Boot Modus. Mit wilden Tastkombinationen kommt man in den anderen Boot Modus in Anführungsstrichen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, da wo ihr auch Wipe All Data machen könnt und solche Geschichten. Und da hing das Smartphone drin fest. Ich konnte machen, was ich wollte. Egal, was ich angeklickt habe, egal, was ich ausprobiert habe, ich kam immer nur wieder in den Fast Boot Modus. Dann gibt es von Google so einen Repair Modus. Der funktionierte auch nicht. Letzte Chance. Das Flash Tool, was eigentlich sehr zuverlässig funktioniert. Ich verlinke euch das mal unten, da könnt ihr euch mal einlesen. Das ist ein bisschen komplizierter, das Ganze zu handeln. Aber das ging bei mir halt nicht, weil ich dazu die OEM Entriegelung hätte entsperren müssen in den Entwicklereinstellungen, was ich nicht getan habe, weil ich noch nie Probleme mit einem Android Beta, mit einer Android Beta Version hatte. So, ich habe also zwei Tage lang probiert, nichts gebracht. Den Google Support angeschrieben über die Google Homepage. Das ging sehr, sehr einfach. Verlinke ich euch auch unten den Link direkt zu dem Support, wo ihr dann euren Schaden melden könnt. Achso, das war im Übrigen der Punkt, an dem ich mich geärgert habe, dass ich die Beta ausprobiert habe und keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe. Das sollte die also tun. So, die Kommunikation mit dem Google Support, mit dem Repair Service war recht simpel. Ihr bekommt zu Anfang ein paar Fragen gestellt, müsst eure E-Mail Nummer eingeben. Daran sieht Google, ob euer Gerät gewährleistungsberechtigt ist oder nicht. Ich habe im Übrigen mein Smartphone bei Media Markt gekauft, nicht bei Google direkt. Ihr könnt dann die Garantieabwicklung aber direkt über Google machen. Das würde ich euch immer empfehlen. Das geht schneller und vielleicht zuverlässiger. Dazu kommen wir gleich noch. Also, ihr beantwortet da so ein paar Fragen. Dann musste ich noch mit jemandem chatten, mit einem Google-Mitarbeiter, weil ich Softwareprobleme angegeben habe. Der war ein wenig, der mir am Ende natürlich auch nicht weiterhelfen konnte. Ich wollte aber ja einfach nur mein Gerät zur Reparatur einschicken und mit einem Softwarefehler ist das halt möglich. Das deckt die Garantie ab. Also, er hat mir einen Rücksendeschein geschickt und ich habe das Gerät bei UPS bei uns in der Firma abholen lassen. Und dann, großes Kompliment, ich habe vor vier Tagen bei Viuca eine Hülle für mein Galaxy S22 bestellt. Das liegt seit vier Tagen zur Abholung bereit in Berlin bei Viuca und DHL schafft es einfach nicht, das Paket einzusammeln. Jetzt kommt UPS. UPS hat das Paket um rund 11.30 Uhr bei uns in der Firma abgeholt. Und es war, die Google Reparaturen gehen nach Polen, zumindest Mainz, und es war am nächsten Tag um 9.30 Uhr, also 22 Stunden später, in Polen. Hut ab UPS, habe ich so noch nicht erlebt. Ganz großes Kino. Ich bekam auch sofort eine E-Mail von Google, dass das Gerät eingegangen ist, jetzt geprüft wird. Und auch kurz darauf, wenige Stunden später, ein Okay, dass es ein Fehler von Google ist, der bekannt ist und dass das Gerät instand gesetzt wird. Das funktioniert so, es ist wohl tatsächlich so, dass wenn der Bootloader nicht entsperrt ist, beziehungsweise die UAM-Entriegelung, dann kann Google nichts machen, dann wird wohl die Platine getauscht. Habe ich gehört. Jetzt nicht komplett valide, aber so muss es wohl auch bei mir gewesen sein. Und nur einen Tag, nachdem das Gerät bei Google eingegangen ist, hat es das Haus auch schon wieder repariert, verlassen. Hundertprozentiger Service. Und genauso wie UPS das Ding innerhalb von einem Tag von Bremerhaven nach Polen gebracht hat, haben sie es geschafft. Von Polen nach Bremerhaven wieder in 23 Stunden waren es, glaube ich, diesmal absolut Hut ab. Ich habe mich also gefreut, dass ich wirklich binnen fünf Tagen irgendwie mein Pixel 6 Pro repariert wieder hatte. Ich wunderte mich schon, als ich den Karton bei mir vor der Haustür liegen sah, dass der doch recht klein ist. Und wunderte mich dann noch mehr, als ich gesehen habe, dass in dem Karton nur ein weiterer beige Karton war, in dem mein Pixel lag, ohne die Originalverpackung, die ich mit eingeschickt hatte. Das gebe ich zu, wusste ich, ist mein Fehler. Hier habe ich mich wieder über mich geärgert. Ich habe gelesen, dass man möglichst die Originalverpackung nicht mit einsenden sollte. Ich habe aber keine bessere Verpackung gehabt und habe gedacht, ja mein Gott, ist eh nichts drin. Habe dummerweise auch noch das Kabel drin gelassen, was unbenutzt gewesen ist. Ja, und bin jetzt ganz einfach meine Verpackung los. Die schicken sie einfach nicht mit zurück. Kommt dann einfach so ein weißer Google-Karton. Ja, das war's. Habe ich also kein Kabel mehr, keine Originalverpackung mehr. Macht das Ganze natürlich etwas schwieriger, wenn ich das Gerät irgendwann verkaufen will. Gut, erster Ärger verflogen. Habe ich mir gedacht, man verkauft eh kein Pixel. Ich habe mich so oft geärgert, dass ich meine Pixelgeräte verkauft habe. Behältst du das 6 Pro einfach so als Probier- und Testhandy. Und am Ende, wenn es dann irgendwann ein Jahr alt ist, der Nachfolger kommt, werde ich schon irgendwie los, auch ohne Originalverpackung. Wickele das Pixel also aus, war so eine neue Folie eingeschweißt worden. Sehe an der E-Mail-Nummer, das ist mein Pixel. Also es ist kein neues Gerät gewesen, sondern sie haben meins repariert. Schalte es ein und sehe auf weißem Hintergrund oben links in der Ecke einen schwarzen Fleck. Und bin fast in Ohnmacht gefallen. Habe dann gedacht, na gut, vielleicht so ein Software-Ding. Habe alles installiert, das Gerät eingerichtet. Habe auch diverse Pixel-Display-Tests durchlaufen lassen. Der schwarze Punkt blieb. Ich habe den Punkt massiert, weil ich gedacht habe, vielleicht musst du da irgendwas reanimieren, reaktivieren. Dann nichts. Der schwarze Punkt, ihr seht ihn hier, er blieb. Das geht natürlich gar nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt das Ganze, die ganze Tortur in Anführungsstrichen, die ja gar keine Tortur ist, nochmal durchmache. Wohl mein Pixel gerade erst wiedergekommen ist. Aber ja, das habe ich dann getan. Weil ich meine, ich habe es sofort gesehen, auf weißem Hintergrund sieht man diesen Punkt. Das sieht gar nicht aus, als wenn das tote Pixel sind. Dazu ist der, glaube ich, auch etwas zu groß. Ich glaube einfach, die haben das Gerät auseinander gehabt bei Google. Wie ich gesagt habe, wahrscheinlich haben sie die Platine getauscht und haben dann irgendwie was wieder falsch verklebt oder das Display beschädigt. Aber das sieht wirklich ein Blinder mit einem Krückstock ab. Das sieht wirklich jeder in dem Moment, wo er einen weißen Hintergrund hat. Und wenn ich ein Google Pixel 6 Pro starte, dann sehe ich schon einen weißen Hintergrund. Also es wurde entweder gar nicht getestet oder die Qualitätskontrolle ist absolut lusche. Oder es hieß ganz einfach, der Lemmy, der kriegt kein neues Gerät. Das ist ja ein Software-Ding. Wir tauschen nur die Platine und dann kriegt der seins zurück. Und der Kollege hat gedacht, dann packen wir es einfach wieder ein. Er soll ja seins kriegen und kein neues Scheiß drauf, dass das Ding jetzt defekt ist. Ja, habe ich mich wahnsinnig drüber geärgert. Richtig, richtig drüber geärgert. Weil Google wirklich wohl ganz, ganz miese Qualitätskontrollen hat. Also ich habe mein Google Pixel 5 an einen guten Kollegen verkauft, an den Jonas. Der schrieb mich letzt an, du, dein Pixel ist kaputt, können wir da irgendwas machen, kannst du dich mit Google in Verbindung setzen. Mein Google Pixel 4a, was ich davor mal hatte, was ich verkauft hatte, ist mittlerweile auch defekt. Man hört immer wieder von der ersten Charge, auch bei den Google Pixel 6 Geräten, dass es Defekte gab. Display-Defekte immer wieder. Also was Google wirklich da, so groß wir sie auch sind, auf die Beine stellen, ist wirklich stark verbesserungswürdig. Und wenn ich ein Gerät einschicke auf Garantie, dann muss ich es auch wirklich auf Herz und Nieren prüfen, bevor ich es zurücksende und nicht mit einem so ersichtlichen Fehler. Also ich heute wieder den Google Support angeschrieben, auch sofort mein Paketaufkleber gekriegt, wieder eingepackt und das Ding zurückgeschickt. Jetzt werde ich also wieder ungefähr eine Woche kein Pixel haben. Was nicht so schlimm ist, wenn der Ärger nicht wäre. Ich warte jetzt schon auf die E-Mail, in der dann stehen wird, mit dem Pixel ist ja gar nichts, weil der gleiche Blinde, na, nicht schon wieder Blinde, weil der gleiche Typ das Ding wieder an der Hand hat und diesen Punkt vielleicht einfach nicht sieht. Ich habe da noch einen Zettel beigelegt, um das Problem genau zu beschreiben. Das kann man nämlich in dem Repair-Support-System von Google nicht machen. Da kann ich nur grob sagen, dass es mit dem Display nicht stimmt, dass es mit der Software nicht stimmt, was auch immer. Und somit habe ich da ein Display-Problem angegeben und ich hoffe, dass die es sehen. Ich habe einen Zettel beigelegt, in dem ich das noch beschreibe, aber ich meine, Gott, die entsorgen Originalverpackungen. Ich gehe davon aus, dass sie den Zettel nicht lesen werden. Ja, ich bin also sehr gespannt, was passieren wird. Ich werde euch da natürlich die nächsten Tage auf Instagram, auf TikTok informieren. Ich wollte hier jetzt dieses eine etwas ausführlichere Video machen, weil ich euch eigentlich nur Positives berichten wollte. Das kann ich jetzt leider nicht, mache das Video trotzdem. Also, wenn ihr eine Android-Beta-Version nutzen möchtet, vergesst nicht vorher in den Entwickler-Einstellungen die OEM-Entriegelung zu entsperren oder die OEM-Entsperrung zu entsperren. Naja, ihr findet den Punkt dann schon. Dann guckt euch vorher an, wenn was schief geht, was ihr machen müsstet mit dem Flash-Tool. Macht das nie bei eurem Daily-Driver. Schickt, wenn ihr ein Gerät zu Google schickt, niemals die Originalverpackung samt Inhalt mit. Schickt das Gerät einfach so ein, wie auch immer. Macht euch Gedanken darum, wie ihr das dann sicher verpacken könnt. Und, ja, guckt es einfach genau an, wenn es wiederkommt, damit man mögliche Probleme oder Rennereien oder Reibereien, damit man dem möglichst aus dem Weg gehen kann. Ja, das war meine Geschichte zum Google Pixel 6 Pro. Mit positiven Google-Seiten, mit negativen Lemmy-Seiten, mit sehr positiven UPS-Seiten. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Schönen Dank, dass ihr bis dato dran geblieben seid und bleibt interessiert. Bis dahin. Bye, bye. Das wäre ein perfektes Auto-Video gewesen. Ich muss mir wieder eine Kamera installieren.